Ja, ja, du kriegst mich nicht. Das wieder ausblenden und dann können wir da nochmal hoch, noch ein bisschen bauen. Und dann mache ich Schluss für heute. Kommen wir denn nicht irgendwie sonst rein? Wir könnten hier mal eine Tür reinsetzen. Kommen wir hier wirklich? Ja, 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 da muss ich durch. Hallo, Gebäude. Ja, so gehe ich immer in meine Gebäude rein. Ich baue einfach ein Stück Wand weg. So, ich glaube auf der Höhe oder auf der nächsten, auf der nächsten, oder? Übernächsten sogar? Ja. Hier. Quietscht das? Ja, es quietscht. Jetzt ist doch die Frage, wo war hier... Da ist der. Ach, ja. Sollte ich mal ölen den Boden hier? Der quietscht. Das gibt's doch gar nicht. Äh, hab ich dort hinten zugemacht? Die Ecke? Nee, gut, denn es fehlt ja noch ein halbes Stück. Es fällt mir grad so auf, dass ich da eigentlich Scheiße gebaut hab. Oh ja. Da ist einiges, was man hier noch verbauen kann. Abgefallen. Ist doch schön. Da freu ich mich doch. Und da drinnen wird's jetzt immer dunkler und dunkler und dunkler und dunkler und dunkler und dunkler. So, fangen wir von da hinten wieder an. Gehen dann zurück. Naja, fehlt ja nicht mehr viel. Man sieht richtig, wie die Schatten immer höher kommen. Und nächste Reihe. Das frisst alles wesentlich mehr Stein, als ich eigentlich gedacht hab. Trotzdem kommen wir gut voran. Entweder spricht das gegen meine Berechnung. Oder für mein Arbeitseifer. Hm, mir fehlt wirklich nur ein großes Stück. Also, eine Doppelreihe hier lang krieg ich jetzt noch fertig. Aber das war's dann, glaub ich, auch. Das war's dann auch. Zumindest kommen wir überhaupt voran. Das ist doch quasi das Wichtigste überhaupt. Ups. Ja, das ist jetzt scheiße hier. Wenn wir auf der nächsten Seite nicht... Wenn wir einen Hochgang haben, müssen wir das offen lassen, sonst kommen wir da später nicht mehr vorbei. Das wäre eine Riesensauerei. Weil dann wird's uns nur noch mehr Arbeit machen. Genau wie dieser komische Sound, den ich da einfach wieder hingesetzt hab, anstatt zu warten. So, dann schauen wir doch mal, wie weit wir gekommen sind in dieser Aufnahme. So, von da vorne haben wir den besten Ausblick. Und es quietscht wirklich. Ja, schaut doch mal, langsam nimmt das Tor wirklich Formen an. Und wenn man dann durchguckt, sieht man da die Burg. Und dann links, da kommt dann auch noch was Tolles hin. Und ja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid das auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. In aller Frische wieder. In aller Frische wieder. Okay.